Einen wunderschönen guten Tag aus dem Hause PPC, mein Name ist Jens. Heute stelle ich euch die Novus-Serie von Kawaii vor, also die NV5S und das NV10S und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr Lieben, heute stelle ich euch die Kawaii Novus-Serie vor. Ich habe euch ja in dem anderen Video schon die CA- und CN-Serie vorgestellt, das findet ihr dann hier oben in der Infocard. Aber heute soll es um die Premium-Modelle von Kawaii gehen, dem NV5S in der Klaviervariante und dem NV10S in der Flügelvariante. Und was es da für Unterschiede gibt, das seht ihr jetzt. Die Mechanik. Bei der Mechanik ist es so, dass wir hier etwas sehr Spezielles haben. Und zwar, man sieht es hier wahrscheinlich schon im 5er, dass wir hier eine echte Klaviertastatur drin haben. Und zwar ist das die Millennium III-Tastatur. Hier im NV5, wie gesagt, in der Klaviervariante und im NV10S in der Flügelvariante. Und das ist halt eben auch schon das Alleinstellungsmerkmal in der NV-Serie. Das heißt, hier wurde aus der K-Serie von den akustischen Klavieren von Kawaii die Tastatur rausgenommen und in das NV5 reingepackt. Und es ist halt wirklich so, ich habe hier keine Kompromisse mehr. Es fühlt sich haargenau an wie ein Klavier. Und das ist halt eben auch da schon so, dass wir hier diese Hämmerchen haben, die nach oben zeigen. Wie gesagt, das ist das NV5. Und beim NV10, da ist es so, dass wir das Ganze halt eben in der Waagerechten haben wie beim echten Flügel. Und das spürt man. In der Regel ist es so, dass das NV5 ein bisschen schwerer zum Spielen ist. Und das NV10 ein bisschen leichter zum Spielen ist. Das bessere Gefühl beim Spielen habe ich beim NV10. Ich wollte euch nochmal ein bisschen näher mit an die Tastatur bringen, weil das ist ja so der Knackpunkt bei der NV-Serie. Und man sieht hier halt wirklich diese ABS-Hämmer, die halt eben wirklich graduiert sind. Was bedeutet, dass ich auf der linken Seite einfach die schwersten Tasten habe und auf der rechten Seite die leichtesten Tasten habe. Und ich finde, man sieht halt eben auch hier, also das ist jetzt übrigens nur ein Modell für unsere Ausstellung. Man kann das so kaufen, kostet ein bisschen mehr, aber normalerweise ist das halt zu. Aber wir haben es so gemacht, dass man hier mal reinschauen kann. Und man sieht halt eben auch, dass hier wirklich diese ganze Mechanik wie beim echten Klavier arbeitet. Und wenn man ganz genau hinguckt, wenn ich das Pedal drücke, das kann ich euch nicht so richtig im Bild einzeigen. Aber wenn ihr mal vorbeikommt, müsst ihr es euch mal anschauen. Dass, wenn ich das Pedal drücke, hinten auch die Pedaleinheit quasi bewegt wird. Und das macht halt einfach dieses unglaublich tolle Spielgefühl aus. Tastenbelag. Der Tastenbelag ist bei beiden, also beim NV5 und NV10S, jeweils Acryl bzw. Phenol. Das heißt also, ich habe hier schon eine sehr, sehr hochwertige, authentische Tastaturmaterial, was halt eben auch in echten Klavieren und Flügeln drin verbaut wird. Die Pedale. Bei den Pedalen setzt sich das ganze Konzept von der Novos-Serie fort. Das heißt also, ich habe hier echte Flügel- bzw. Klaviermechaniken auch in den Pedalen drin. Und das spürt man sogar beim Spielen. Das heißt, wenn ich das Pedal drücke, also in dem Fall das rechte, das Sustain-Pedal drücke, dann merke ich, dass die Tastatur leicht leichter wird. Und das ist halt eben so ein besonderes Merkmal im Vergleich zu dem CA- und den CN-Modellen, wo das halt eben ein ganz normales Federpedal ist. Und hier habe ich eine echte Klavier- bzw. Flügelmechanik in den Pedalen. Richtig gut. Das Klangsystem. Beim Klangsystem geht es wieder darum, wie die ganzen Flügel bzw. Klaviere aufgenommen wurden. Und ich lese es einfach mal ab, weil es ist ein recht langes Wort. Und zwar wurde hier die Technik verwendet. Das SK-EX Multi-Channel 88 Key Rendering und Harmonic Imaging XL 88 Tastensample. Ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich mir das jetzt abgelesen habe. Aber das bedeutet einfach, dass ich hier wieder, wie auch in den CA 99 und 79, die hochauflösendste Klavieraufnahme bzw. die Sampling-Methode habe, die Kawai bietet. Und ich finde, es klingt einfach genial. Hier sind auch wieder die ganzen Zwischenklänge bzw. auch wenn ich nur ein paar Tasten drücke und halt eben eine andere Taste anschlage, dann höre ich die Resonanz. Und das ist halt eben auch hier in diesen NV-Geräten drin verbaut und klingt wahnsinnig gut. Die Klänge. In beiden Geräten sind 90 verschiedene Klänge abgebildet, wobei halt eben auch hier wieder der Shigeru Kawaii EX mit drin verbaut ist, der halt eben der größte Konzertflügel ist mit 10 verschiedenen Render-Charakteristiken. Das heißt also, ich habe hier wieder romantisch, full, rich oder halt eben auch andere, womit ich den Klang beeinflussen kann. Des Weiteren habe ich noch den SK5 und den SK EX mit drin und nochmal ein Klavier von Kawaii, um das Ganze nochmal abzurunden. Die Polyphonie. Die Polyphonie möchte ich einfach nochmal mit aufnehmen, weil es hier auch wieder durch dieses große Rendering-Sample einfach sehr wichtig ist, dass ich hier viele Polyphonie-Einheiten habe. Weil hier ist es so, dass es sehr viel Rechenpower benötigt wird, um halt eben den Sample von diesem Multi-Channel-Sampling einfach super hochauflösend wiederzugeben. Das heißt also, hier ist genug Power drin bei beiden, um alle möglichen Sachen spielen zu können. Der Rekorder. Beim Rekorder ist es so, dass ich hier auch bei beiden Instrumenten ein vollumfassendes USB-Recording habe. Das heißt, ich kann hier in Wave und MP3 aufnehmen und habe maximal 90.000 Noten, die ich aufnehmen kann. Das heißt also, hier habe ich sehr, sehr viel Speicher zur Verfügung, um meine Sachen aufzunehmen. Das Display. Bei den Displays hat sich Kawaii auch nicht lumpen lassen und hat auch hier zwei 5-Zoll-Touch-Displays mit eingebaut. Das heißt also, alles, was ich mit der Kawaii-App machen kann, kann ich hier halt eben auch schon auf den Geräten machen. Super easy auszuführen und sehr, sehr intuitiv, wie ich finde, kann man hier die ganzen Sounds auswählen, sie splitten oder layern. Ich kann Musik abspielen und, und, und. Ich kann jede Menge über das Gerät direkt und sehr intuitiv einstellen. Bluetooth. Selbstverständlich haben wir auch in den beiden Instrumenten wieder Bluetooth drin verbaut. Das heißt also, ich kann hier Bluetooth MIDI und Bluetooth Audio verwenden, was einfach den Vorteil hat, dass, wenn ich zum Beispiel zu meiner Musik mal spielen möchte, es direkt über das Piano laufen lassen kann. Das kommt natürlich zum Tragen, wenn ich auch das Ganze mit Kopfhörern höre, weil ich kann dann auch abends zu meinen Songs üben und das hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Bluetooth MIDI ist dann dafür gedacht, um zum Beispiel eine App zu bedienen oder zum Beispiel Flowkey oder Scoove zu verwenden, um dann halt die Tastatur als Master Keyboard in Anführungsstrichen zu verwenden. Das Soundsystem. Beim Soundsystem ist es so, dass ich hier auch wieder von Onkyo sehr, sehr hochwertige Lautsprecher drin verbaut habe. Beim NV10 sind die oben und unten drin verbaut und beim NV5 habe ich halt eben auch dann wieder dieses Twin Drive Board mit integriert, was halt eben ein echter Resonanzboden ist, der die Luft in Schwingung bringt. Das hat einfach den Vorteil, dass ich auch in etwas größeren Räumen eine sehr, sehr gute Klangentfaltung habe. Des Weiteren sind halt eben auch hier wieder von Onkyo Verstärker drin verbaut, die einfach dieses Sample sehr, sehr gut zu den Boxen übertragen. Maße und Gewicht. Ich möchte bei den beiden Instrumenten auch nochmal diesen Punkt nochmal extra mit aufnehmen, denn NV5S ist nicht auseinandernehmbar. Das heißt also, es kommt so, wie es hier steht. Ich kann das halt eben nicht in einzelne Teile auseinanderbauen. Das heißt, ich muss mir wirklich genau überlegen, auch wie beim CA99, ob ich das die Treppe hochkriege. Ich habe hier satte 113 Kilo. Das heißt, es ist auch nochmal deutlich schwerer als das CA99 und muss halt eben darauf achten, dass ich das die Treppe oder halt eben dort, wo ich es hinstellen möchte, dass ich es auch hochbekomme. Das NV10 wiederum ist in zwei Verpackungseinheiten bzw. in zwei Kartons verpackt. Da habe ich einmal das Untergestell und einmal das Obergestell. Beides zusammen insgesamt liegt bei 127 Kilo. Das heißt, auch hier kein Pappenschlecken. Es ist ganz schön schwer. Aber für diese Schwere habe ich halt eben auch die echte Klaviermechanik. Und das macht halt eben diesen meisten Anteil an dem Gewicht aus. Also einmal drüber nachdenken. Was gibt es sonst noch zu sagen? NV5 und NV10 haben natürlich auch alle Anschlüsse, die man sich so vorstellen kann. Das heißt also, Line in, Line out, MIDI in, MIDI out, Kopfhörer, zwei Stück an der Zahl, USB to host, allem drum und dran. Und das heißt also, ich habe hier bei beiden einfach alles, was das Herz begehrt. Ich kann mit allen beiden Instrumenten eigentlich alles, was ich auf dem Klavier und Flügel spielen möchte, wiedergeben. Das heißt also, hier kann ich einfach mein musikalisches Herz ausgießen und halt eben super kreativ werden. Ja, ihr Lieben, das soll es zur NV-Serie gewesen sein von Kawaii. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde die beiden Pianos nochmal abschließend gesagt einfach brillant. Sie haben die geilste Mechanik, die ich bisher gespielt habe und halt eben den typischen warmen Klang von Kawaii. Ich würde mich über einen Like freuen, über einen Kommentar, lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.